Herzlich Willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Heute spielen wir Assassin's Creed 4 Black Flag. Falsche Taste. So, was war das da? Wachen, Entwaffnen und Töten. Das könnten wir auch mal probieren. So, schauen wir mal. Das sind ein bisschen viele. Ja, aber irgendwie muss man da jetzt vorwärts kommen. Hier sind vier. Hm. Am besten wir schalten die zwei da aus von oben und dann schauen wir weiter. So, die können uns ja helfen. Die anderen haben es nicht mal gecheckt. Finde ich lustig. Die haben das nicht gecheckt. So, hier waren wir noch nicht gerade. Hä? Wir hatten retten. Ich dachte, da waren wir gerade. Kann es sein, dass die wieder auftauchen? Egal, ich gehe da jetzt hin. Ja, ja, da waren wir gerade. Die tauchen wieder auf. Ja, ist ja kein Problem. Ich mach das gerne. Ich habe genug gelitten. Lasst mich in Frieden. Verdammt. So, es geht ja zack, zack, wenn ich komme. Captain Canway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Vier neue Mitglieder. Das ist ja praktisch. Das kommt immer wieder. Ich sag's ja, das sind so, so Random Missionen kommt mir vor irgendwie. Hm. Beziehungsweise die da tauchen irgendwo auf. Ähm, gehen wir da hin und retten die mal. Das ist ein Stückchen weiter. Irgendwas ist da oben. Ein Schand. Probieren wir es mal. Ne, 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 ne. Probieren wir es. Ey, Mann, das hat gelegt. Jetzt. Drum bin ich jetzt nicht drüber gehüpft, sondern habe plötzlich gemacht. So, aber jetzt. Hoppa, hopp. Diesmal kriege ich ihn. Diesmal kriege ich ihn. Der einkommt mir jetzt nicht. Bleib stehen. Ich habe ihn. So, das ist klasse. Und der andere Schand ist auch vor unserer Nase, so wie ich das sehe. Äh, wo ist der? Unter mir oder was? Haben wir auch von oben genähert, dass er nicht wegfliegen kann. Geschickt. Eingefelert. So, jetzt gehen wir da rüber. Und Sperrgebiet. Das heißt, da komme ich nicht drauf. Versuchen wir es andersrum. Gut, was war das da? Ist der ein Bunker oder was? Ne. Ausgeschaut wie ein Bunker. So, hier können wir auch nicht drauf. Dann gehen wir hier rauf. Zack, 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 zack. Zeig mal. Ah, das ist schon wieder hier. Die tauchen immer wieder auf. Und hier auch gerade. Ja, das finde ich praktisch. Aber ist ja kein Problem. Dann machen wir das hier nochmal. So kann man auch Piraten kriegen. Oh, scheiße. Sehen mich die gerade? Nein, 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 nein. So, runter. Und genauso edel wie das letzte Mal. Bäm. So, ab geht's mit euch, Jungs. Und einmal noch. Und dann haben wir genug Co-Mitgräder. Gehen wir mal hier hin. Hier waren wir noch nicht. Mal was Neues machen. Was? Was will denn der von mir? Wollen denn die von mir? Das war doch schon... eigentlich gewonnen. So. Habe ich die jetzt abgehängt? Ich hoffe schon. So, verstecken wir uns ganz kurz. 32 Meter. Da gehen wir mal hin. Und befreien die. Weg ist er. Zack, zack. Das ist immer der gleiche, Leute. So, wir haben sie erreicht. Falsche Taste. Hier sieht man's. Auf das Seil schießen und den Piraten retten. Hä? So, die Hinrichtung erreichen. Das ist schon das nächste. Alles klar. Schauen wir, wo das ist. Was? Ist das überhaupt hier? Hm. Wird wahrscheinlich erst eingeblendet. Was? 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 Klatus ist. So, wo ist das jetzt? Wo ist denn die Hinrichtung? Hä? Die Hinrichtung erreichen. Ist das hier? Nehme ich an. Hm, komisch. Dann hier oder wo? Piraten retten. Na, dann wird das hier sein. Geh ich da hin. Also vom Zeichen her zumindest ist es da. Und dann komme ich wieder nicht durch. Scheiße. Dann gehen wir halt da unten. Um die Ecke. Rauf da. Und nochmal rauf da. So, Speergebiet. Aua. Ey, wir sollten hier abhauen, habe ich so das Gefühl. Leute, wir hauen ab. Wir hauen ab. Das ist mal zu... Heiß hier. Seh nix. What the fuck? Ey, ich bin doch gar nicht gestorben. Was soll denn das Scheiß? Oh man, diese Logik, ey. Das ist doch ein Scheiß. Ich bin gar nicht gestorben. Ach, man. Kacke. So, dann kommen wir mal von vorne. Vielleicht geht das ein bisschen leichter. Zack. Ah, wir hauen hier ab. Das ist mal zu... Gerettet haben wir. Das reicht. Was? Lol, verbündeter Tod. Ey, kann der nicht weglaufen, der Typ? Ich habe ihn doch runtergeschossen. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch vorher geschoben. Also das ist ein Scheiß. Der Typ wird sich doch wohl selber befreien können, ne? Ich meine, ich habe ihn befreit. Aber weglaufen wird er wohl nur drin sein. Man, wie pingelig. Da in der Luft muss irgend so ein... Ding sein. Also das ist ein schöner Scheiß. Oh man, Leute. Hör mal weg hier, Leute. So. So, wo ist denn der jetzt? So. Jetzt haben wir es. Aua, Aua, Aua. Ruhe hier. Was ist denn jetzt wieder? Ey, Mann. Lass mich in Ruhe. Den muss man irgendwie befreien mit E oder so. Wie befreie ich ihn jetzt? E? Hallo? E? Was ist? Ich drücke E. Wie oft denn noch? Nicht mehr lange. Da muss man eine gewisse Position haben, dass das funktioniert. Das ist aber schön dämlich. Tja, wenigstens hat er sich bedankt. So, jetzt müssen wir aus dem nächsten Sperrbezirk raus, weil äh... Sonst gibt es nur Böse aufs Auge hier. Nehmen wir da mal rauf. Hopp. Ja, da oben ist es ja. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich von dort aus. Das ist ganz blöd, weil... Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Von oben jedenfalls. Ach, probieren wir es. Wenn sie uns sehen, bin ich dran. Na, das geht nicht. Ich komme nicht drauf. Lassen wir es lieber. Lassen wir es. Machen wir es nachher. Was ist denn jetzt wieder? Darf man nicht mal laufen hier? So, aus dem Weg. Oh, was zum Verstecken. Ach, habe ich schon abgehängt. Sehr schön. Gut, die Traverne erreichen. Das ist da rechts. Dann gehen wir mal nach rechts. Alarmiert sind sie oder so. Deswegen sind die so lästig. Schatzkiste ist hier irgendwo. Hm, da muss man von hinten hin. Aber das ist ja kein Problem. Edward! Was machst du? Ja, das hat sich ausgezahlt. Auf jeden Fall. So, machen die jetzt was oder nicht? Nein, jetzt sind sie friedlich. Da oben. Da muss man hin. Zur Traverne. Wahrscheinlich noch ein paar anfeuern. Ah, komm mal da rauf. Es ist ein bisschen... Ah! Scheiße! Na, 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 na. Bemüh dich! Oh, Edward! Wie kann man so faul sein? Äh, scheiße! Wieso geht denn der da nicht rauf? Jetzt muss ich extra hinten rumlaufen hier. Mann! Mann, 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 Edward! Kostest deinem Nerven! So, da sind wir schon! In der Spelunke! In der Traverne! Im Piraten... Nur Piratenpack hier! Aber wir sind ja auch zum Piratenpack! Hh, hört sich cool an! Ne, Piraten-Tusssien! Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab. Mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal! Das ist es! Ha! Rotz! Dann sind hier Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Ratsch. Zehntausendmal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Hm. Sagst du! Wir sagen was anderes. Mission accomplished! So, entwerfen hat man niemand, aber auf das Seil haben wir geschossen. 400! So, was haben wir hier noch? Einiges zu tun lassen, ne? Hauptmission. Gut, ich würde mal sagen, wir... Was kann man eigentlich in dieser Traverne noch machen? Ich glaube Leute anheuern, oder nicht? Warte mal, da unten irgendwo ist das. Ne, da oben. So, rauf. Da ist es. Informationen beschaffen. Ja, das mach ich mal. Mal schauen, was ich krieg. Kostet 200, das ist nicht ganz billig, aber okay. Kostet 200, das ist nicht ganz billig, aber okay. Darf ich auch erfahren, was wir hier erfahren? Was haben wir jetzt erfahren? Ah, ein Marinekonvoi. Ja, da erfahren wir wo, welche Schiffe, Gold oder sowas befördern, nehm ich mal an. Cool! Die Insel haben wir fertig, deswegen wird sie so angezeigt. Cool, cool, cool! Also ich muss sagen, es gefällt mir. Aber das machen wir nicht jetzt, sondern irgendwann mal. Da kriege ich so Schatzaufträge und sowas wahrscheinlich. Äh, mit denen kann man spielen, um Gold... Ist das wieder Dame? Oder ist das was anderes? Schauen wir mal. Fanorona... Was? Fanorona, das kenn ich gar nicht. Es wird auf einem Spielbrett mit neun Reihen zu je fünf Feldern mit sich überschneidenden Linien gespielt. Jeder Spieler setzt 22 weiß und schwarze Steine auf das Brett und versucht dann gegnerische Steine zu schlagen. Indem er seine Steine entlang der Linien entweder auf einen geringen Stein oder von ihm hinweg bewegt. Äh, ja. Okay. Gut, das lassen wir jetzt mal. Aber ich werd das nachher auf jeden Fall machen, ich kenn das noch nicht. Was ist mit dir? Crew anheuern! Was kostet's mich? Das mach ich doch. Okay. Und äh, wie viel kostet mich das? Ja? Nur anheuern. Füllen. Aha. 200. Jo, mach mal. Wo ist denn da anheuern jetzt? Ich will das machen. Achso, ich hab schon. Ich hab schon genug. Alles klar. Ansonsten können wir hier anheuern. Was? Was? So, dann markieren wir mal was, damit hier was weiter geht. Ähm, ich hätte Bock auf dieses Animus-Fragment hier. Äh, links von uns ist es. Das ist hier! Oh, das muss ich irgendwo oben. Ah, ich hab das. Wie komm ich denn? Ja, hier muss ich rauf. Alles klar, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Den können wir auch anheuern, so wie das ausge... Ah ja, das waren solche. So, hopp! Wir machen wieder mal nen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würd mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi, let's play. Tschüss!